Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren wunderbaren, tollen Folge Neverwinter. Mit der Frau mit den roten Augen. Mit der Frau mit den roten Augen, die geil aussieht. Und der anderen coolen hier. Und der langweiligen Menschenfrau. Ja, was muss ich denn machen? Fäuste der Horde? Machen wir erst die Quest. Musst du hier auch rein, hier hinten? Hier hinten? Wie kommst du so? Du bist gerade voll hochgekommen. Hier hinten? Okay, ja, da muss ich auch rein. Ab geht's. Wow. Ork-Baracke, nicht Ork-Baracke. Hä? Wo müssen wir denn hin? Ach, da gab es noch eine Quest? Hier ist eine Tür. Egal. Ein bisschen. Du musst den Tuck-Slepp-Hat besiegen. Essen! Hast du es gerade gesehen, den Ogre? Wie der uns anbrüllt und Essen sagt. Ja, er hat das gesagt. Haha. Idiot, idiot, idiot. Geld. Bei wie viel bist du? Äh. 73. 69. Das ist doch unfair. Du hast einen Gold-Bonus. Da kann man angespringst. Ja. Da schwebt goldene Luft. Ach gut. Hey, wo müssen wir hin? Da unten. Ich kenn dich. Und tschüss. Ich bin dann mal weg. Ich bin dann mal weg. Ich hab da was gefunden. Ah, nein. Willst du auch noch was mitkriegen davon? Ja, ich hab auch mal ein paar mitgebracht, ne? Wenn ich mir mal helfen kann, ist der ja nicht. Ja, klar. Ich mach das schon. Wo ist er denn? Tod. Symbol von Tempus. Was bringt denn das? Dieses Material wird für allgemeine Handwerksaufgaben eingesetzt. Es kann bei Fertigkeit... Bei Fertigkeitensets und in Brustverstärkungspaketen gefunden werden. Bedarf. Geht deutsch. So. Weiter geht's. Da oben sind Leute. Der eine gibt uns keine Quest. Okay. Sagst du grad was? Nein. Ach so. Weil sonst hätte ich mich wieder drüber aufgeregt, dass du zu leise bist. Uah. Oh, hallo. Was? Nein. Das gibt's auch als Bewegungsmittel, also als so. Wie geht's? Hey, was machst du da? Dann. Auf Wiedersehen. Ich hab mit dem Typ geredet. Weil der so komisch aussah. Da kommt der in so einer Panzerkäfer-Dingens an. Hanserkäfer. P-A-N-Z-A-K-I-F-A. You know? Wohin gehst du? Head zur Quest. Welche Quest? Kraftprobe. Warte. Kann ich die teilen? Kraftprobe kann nicht geteilt werden. Ich hab die gar nicht. Okay. Was für eine Quest hast du? Machen wir Schnelllieferung. Fertig. Aha. Okay. Trotzdem in die Richtung. Nee. Was? Ah, der hat bei mir nicht aktualisiert. Nee. Danke. Hä, bist du schon fertig jetzt mit der Quest? Schnelllieferung. Ich laufe gerade zur Quest Schnelllieferung. Ich laufe gerade zur Quest Schnelllieferung. Ich will mich verarschen. Ich werde dich töten. Kann man eigentlich ein Duell machen? Nee. Denk nicht. Das wäre auch ein leicht unfair, du als Fernkämpfer. Na gut, ich kann zu dir ran springen, also. Da kommt wieder dieses komische Viech. Ich hab Angst davor. Müssen wir uns da irgendwo hinporten? Scheiße. Wahrscheinlich wieder in die Stadt, oder? Nee, Turmviertel, oder? Nee. Protectors Enclave, ja. Protectors Enclave. Da stand die Questverfolgung, nicht die Festquerfolgung. Festquerfolgung. Ist auch gut. Aha. Ich musste mal... Ah, nee, ich musste nicht zum Briefkasten. Ich hab ja die Post so lesen können. Boah, was ruckelt denn das gerade so? Und da los? Hängt es bei dir gerade auch voll? Ja. Ähm, ja. Oh Gott, jetzt bin ich da. Willkommen auf dem Marktplatz. Der sieben Sonnen. Der Basar ist auch auf ihrer Karte M eingezeichnet. Schön. Äh, wo soll ich denn hingehen hier? Hallo? Zu der Frau hier. Ach so. Nicht zu dir. Oh, nein. Es ist nach dir etwas. Vielen Dank, dass ihr hier gesetzt habt. Bis später. Warte mal, hab ich hier noch irgendeine Quest, die ich abgeben muss? Ja, da hinten. Glaub ich. Ausrufezeichen sind zum Abgeben, oder? Äh. Ausrufezeichen. Oder zum Annehmen. Keine Ahnung. Ne, Fragezeichen sind zum Annehmen. Da, du. Doch, die ist zum Annehmen. Ausrufezeichen. Hä? Führen sie eine geeignete Foundry Quest durch, um Rohstrahl Diamanten zu erhalten. Ach so, ja. Das sind Foundry Quests. Ja, die lassen wir erst mal. Da hab ich jetzt keine Lust drauf. Äh, jetzt sagt er zu mir der Händler. Ich muss das Auktionshaus besuchen. Hast du die Quest auch? Moment, ich bin grad hier am Verkaufen. Jetzt lass mich halt mal kurz verkaufen. Ja, mach doch mal kurz. Ne, Fragezeichen sind zum Fragen oder sowas. Ziel erfüllt. Was Auktionshaus ansehen? Ich hätt gern ein Reittier. Reittier. Suchen. Ein gestreiftes Pferd. Ja, das kannst du dir aber erst kaufen, wenn du 5 Gold hast. Oder für so komische Diamanten-Zeugs, von denen ich 0 hab. Und jetzt hab ich Herrschaft. Hast du auch Schlachtmeister der Herrschaft PvP besuchen? Ja. Als Quest, wollen wir die machen? Ja. Es heißt PvP. Du bist grad übrigens wieder leise. Genau. Immer schön ins Mikro reden. Ich kann mich ja leider nicht hören. Sonst müsste ich mich da wahrscheinlich selbst auch bestrafen. Kann man hier... Spinne, oder? Ja, das gab's auch mal als Reittier. Ich glaub immer noch so eine Spinne. Gab's alles. Dekin-Straße. PvP. Los, machen wir PvP. Nach einem Abendbeurer, der sich bett. Herrschaft PvP. Für Herrschaft anmelden, wollen wir mal PvP machen? Ja. Hier bin ich. Sie befinden sich in Warteliste Herrschaft. Bin ich immer noch in der Warteliste, wenn ich jetzt... da rausgegangen bin? Kann man echt hier Puppen angreifen? Achso, wenn einem langweilig ist hier. Ist ja mega unfair. Die kriegen gar keinen Schaden. Aber hier gibt's Händler, oder? Hast du auch so eine Quest neuer Aufgaben von Händlern? Ähm, wo ist... Wie sieht denn die aus? Nee, hab ich eigentlich nicht. Ähm... Ähm, hm, nö. Hast du eigentlich auch noch die... Ich müsste jetzt ne ganz kleine Pause machen. Okay, ja klar. Wie weit sind wir eigentlich bei der Folge? Wir haben ums halb angefangen. Jetzt haben wir 40. Das heißt, die geht 10 Minuten erst. Ähm... Ja, okay. Okay, sorry. Ich muss irgendwie... Dann machen wir's nächste Mal vielleicht PvP. Wenn ich noch in der Warteliste drin bin, muss ich jetzt... Auf Wiedersehen. Okay, gut. Dann machen wir's nächste Mal PvP. Ja, genau. Und ich stell mich jetzt zum Rücken zu dir. Damit man mich auch mal von hinten sehen kann. Na, du auch, okay. So, und dann... War jetzt ne kürzere Folge. Aber... Nächste wird kommen. Jo. Wir sehen uns. Ja, hüpf aus dem Bild raus. Tschüss. Tschüss.